Wenn eine Liebende als Lebensaufgabe spricht und singt, dann wird es mehr als berührend. Du solltest unbedingt in dieses Interview reinschauen. Herzlich willkommen zu Einblick ins Gesicht mit Janina Föhringer. Herzlich willkommen, liebe Janina. Ja, danke schön. Schön, dich zu sehen. Das ist so schön, dass du hier bist, weil du bist irgendwie auch, ja natürlich, man sieht das schon, du bist was ganz Besonderes und du bist tatsächlich in dieser Reihe auch was sehr Besonderes, weil ich einerseits ja vor nicht allzu langer Zeit das Buch, das Lebensaufgabensystem rausgegeben habe und andererseits deine Lebensaufgabe seit langer Zeit kenne. Und deswegen werden wir an dieser Stelle tatsächlich nicht nur in dein Gesicht gucken, sondern eben auch deine Lebensaufgabe einmal veröffentlichen und du wirst uns davon erzählen, wie sich das so anfühlt. Aber in diesem Sinne gehen wir wie immer erstmal auf Bilder von euch und schaut euch diese Frau auf diesem Video an. Sie sitzt da vorne im weißen Hintergrund. Es ist überhaupt gar nichts Besonderes, kein Schalala, keine tolle Kamera und nichts und sie strahlt. Und sie ist da und man fühlt sich wohl und man denkt sich, Mann, was ist das für eine großartige Frau. Und ich gehe jetzt auf Bilder, wo sie genauso großartig ist. Er wartet ganz kurz. Es ist ja so, dass ich das das allererste Mal mache und deswegen es gerade nicht finde, wo ich dich beigebe. Hier bist du. Wunderbar. Als wäre ich das erste Mal auf Zoom. Hier ist sie, die ganz wundervolle Janina oder auch alias Nina. Sie wird uns vielleicht auch darüber erzählen. Schaut euch diese Frau an und man muss an der Stelle einfach sagen und vielleicht lasst ihr sie kurz wirken. Was ist das Wort, was euch einfällt? Was strahlt diese Frau aus? Was transportiert sie? In meinen Augen war es von Anfang an die pure Liebe. Diese Frau und wenn wir in ihr Gesicht schauen, dann gibt es ganz viele Merkmale, die all das mit sich bringen, was Liebe in der Intensität und in dem Ursprung der Liebe ausmacht. Sie hat eine sehr weiche Gesichtsstruktur und alles, was weich im Gesicht ist, spricht auch dafür, dass da ganz viel Weichheit im Herzen da ist. Wie im Innen, so im Außen, wenn ein Gesicht sehr kantig ist oder wäre, dann ist das eher kantig und kämpferisch, weich ist. Da ist einfach viel Feingefühl, Sensibilität, Weichheit anderen gegenüber. Und was ich auch ganz spannend finde, sie hat auf jedem Bild einen Mittelscheitel. Der Mittelscheitel sagt, ich will in Balance sein. Sie hat auch jetzt wieder den Mittelscheitel. Ich will in Balance sein, aber es ist ein Hauch nach links ins Herz gedreht. Also das heißt, ich finde meine Balance und ich will auch diese Balance in meinem Leben halten. Aber ein Hauch entscheide ich mich immer mehr fürs Herz als für die Ratio oder für die Außenwelt. Janina ist einer der ganz wenigen Menschen und ihr könnt das schlecht erkennen bei ihr, weil sie einfach immer lächelt. Aber auch wenn sie nicht lächelt und man muss sie lange anschauen, um einen Moment zu finden, wo sie nicht lächelt, seht ihr, dass sie einer der ganz wenigen Menschen ist, die nach oben gerichtete Mundwinkel haben. Das heißt, sie sieht so aus, als würde sie die ganze Zeit lächeln und aus Dauerzustand wird Dauerform, so sagt man im Gesichtlesen. Und wir wissen, wer so schön nach oben zeigende Mundwinkel hat, der hat einen unglaublich positiven Gefühlsreichtum. Der spiegelt das Glück wieder und ist optimistisch und zuversichtlich auf die Zukunft schauend. Auch Erlebnisse, die stattgefunden haben und auch eine Janina Föhringer, und das weiß ich sehr genau, hat nicht nur die rosa-roten Herzchen vom Himmel geschickt bekommen. Da war auch ziemlich viel Blödsinn dabei. Vielleicht wird sie uns teilweise davon erzählen, aber sie hat die Gabe in sich, Erlebtes positiv zu bewerten und auch aus schwierigen Dingen Positives rauszuholen. Das sind Menschen mit den nach oben zeigenden Mundwinkeln. Und ja, Janina hat unglaublich weit auseinanderstehende Augen. Sie ist auch immer, wenn ich über weit auseinanderstehenden Augen nachdenke, ist sie die Frau, wo ich dran denke. Was heißt das? Sie ist weitsichtig. Sie hat die großen Zusammenhänge im Blick. Und sie hat eine ganz, ganz weite Perspektive. Eine Liebe urteilt nicht. Eine Liebe sagt nicht so und nicht anders. Eine Liebe schaut weit und schaut zusammenhängend auf die Welt. Und natürlich zeigt Janina Zahnfleisch beim Lachen. Zahnfleisch zeigen beim Lachen spricht für Menschen, die nicht aufrechnen. Eine Liebe rechnet nicht auf und die ohne Gegenleistung gibt. Eine Liebe fragt nicht, was kriege ich von dir, bevor ich von dir, bevor du was von mir kriegst. Und die Liebe möchte für die Menschen da sein und möchte ihnen Gutes tun. Und das bestätigt sie mit ihrem Amorbogen. Sie ist 150-prozentig in der Liebe. Und sie hat die liebevollen Worte, die andere Menschen dazu bringen, zuzuhören. Und dazu kommen die großen Augen. Die großen Augen. Sie hat sich die kleinen Kinder in sich bewahrt. Sie schaut wie die kleinen Kinder ganz offen auf die Welt und möchte die Welt neu erkunden und immer wieder erkunden. Und sie ist sehr emotional. Natürlich, wie sollte die Liebe nicht emotional sein? Und ja, welche Lebensaufgabe kommt daraus? Das ist jetzt nicht nur, weil sie diese Merkmale hat, sondern weil ich sie lange kenne und ihre Lebensaufgabe schon oft mit ihr besprochen habe. Und ich möchte es hier nutzen, um euch die Liebenden vorzustellen. Die Lebensaufgabe heißt, die Liebenden, die mit dem Herzen wählen. Und die Aufgabe, das mag vielleicht sein, dass viele denken, ach, ich will auch die Liebenden sein. Aber wie wir vielleicht gleich hören, so leicht ist es gar nicht. Weil die Liebenden haben die Aufgabe, immer die Herzenswege zu gehen. Und nur Herzenswege zu gehen, heißt auch, schwerwiegende Entscheidungen zu tragen, die nun mal das Herz haben möchte. Das heißt, in einer Welt, die nicht unbedingt davon erfolgreich wird, dass man seinem Herz folgt, muss, sollen, müssen, sollten die Liebenden trotzdem ihrem Herz folgen, gegen alle Ratio, gegen jeglichen Verstand und auch die liebevolle Verbindung zu sich selbst bewahren. Auch das ist eine schwierige Aufgabe. Und wenn sie das hinkriegen, dann stehen sie mit allem in der Einheit. Und ich gehe zurück jetzt zu Janina und frage, ist die Stimme deines Herzens die wichtigste Stimme deines Lebens? Und wie hast du es hinbekommen, dass das heute hoffentlich so ist? Liebe Janina. Wow. Ja, da sind zwischendurch die Tränchen gekommen in die Augen. Ja. Und die Herz so schön offen hast, Janina. Ja. Ja, ich folge der Stimme meines Herzens und würde auch sagen, dass ich die immer in mir getragen habe, aber dass es auch immer wieder überdeckt wurde und ich vielleicht lange auch nicht hingehört hatte. Ja, erzähl uns ganz kurz über deinen Weg, das Leben und das ist auch das, was die Liebenden auch auszeichnet. Die haben diese Aufgabe und jeder, der die Aufgabe hat, wird immer besonders gechallenged in der Aufgabe. Und du wurdest wahrscheinlich ganz oft ganz extrem von deinem Lebensweg abgehalten oder von deinem Herzensweg abgehalten, weil es nun mal Teil dieser Lebensaufgabe ist. Woher kommst du? Wo bist du heute? Ja, woher komme ich? Wo bin ich heute? Ich habe als kleines Kind, also ich würde mal sagen, so mein Herzensweg ist sehr stark auch mit der Musik verbunden. Und als Kind war das schon immer ein sehr großer Teil von mir. Es war schon immer so ein Wunsch da, Musik in die Welt zu bringen, Menschen damit zu berühren und allgemein auch. Ich glaube, ich glaube, als Kind immer schon in der Liebe gewesen zu sein und den Menschen auch irgendwie Freude gebracht zu haben. Und auf dem Weg bin ich aber natürlich, für viele scheint es dann manchmal auch ein bisschen naiv, dann immer so an das Gute zu glauben, immer ans Gute im Mensch, immer das Gute zu sehen und immer auch viel zu geben. Und wenn man das zu Beginn vielleicht noch nicht so weiß und nicht an die richtigen Menschen, vielleicht auch richtigen Menschen rantritt, die das dann auch hier und da ausnutzen, habe ich da so meinen Weg dann irgendwie bin ich gegangen. Meine Eltern haben sich irgendwann getrennt, auch das war ein Moment, wo ich gespürt habe, dass die Liebe nicht mehr da ist und wo ich mit zehn Jahren auch gesagt habe, kann es sein, dass ihr euch nicht mehr liebt? Und ich kenne sie hart, das ist ja und dieser Moment, das auszusprechen als Kind und Angst zu haben vor der Antwort und zu wissen, was aber die Antwort eigentlich ist, war unglaublich prägend. Und dann bin ich so meinen Weg trotzdem weitergegangen und immer in dieser Liebe, immer in dem Miteinander für den Mensch-Dasein, für mein Umfeld-Dasein und habe dann auch irgendwann meine Musik natürlich weitergemacht, aber habe mich dann für den Weg in BWL, International Management, entschieden, irgendwann. Voll, also herzlichen Glückwunsch. BWL, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin mir sicher, einiges davon hilft mir heute, aber tatsächlich habe ich mir immer, ich habe zwar gute Noten und alles gehabt, aber ich habe mir echt auch, musste richtig hinsitzen und lernen. Also das ist mir nicht zugeflogen und habe dann in dieser so ein bisschen raueren, kantigeren Welt, habe ich mich immer so ein bisschen, habe ich gedacht, finde ich da meinen Platz? Natürlich, wenn man gesehen wird, wird man sicher seinen Platz bekommen, aber es ist mir nicht so, würde ich mal sagen, widerfahren. Also habe dann da meinen Weg auch gemacht, war im Familienunternehmen und habe da einfach auch schwierige Zeiten gehabt. Also es waren sicherlich mit die schwersten Monate, einfach weil mir da das Leben gezeigt hat, du bist nicht auf deinem Herzensweg. Und das über verschiedene Arten und Weisen, das war, ja, ich war eigentlich so ein bisschen an dem Tiefpunkt angekommen, habe davor noch mal dann auch eine Beziehung gehabt, wo ich wirklich so in der Liebe komplett war, wo ich auch, das war so die einzige längere Beziehung, wo ich dann auch nicht so nett behandelt wurde in dem Sinne, dass da vielleicht dann auch jemand anderes war im Leben und so. Und deswegen waren das so drei, vier Jahre, wo das Leben mir in unterschiedlichen Bereichen gezeigt hat, Janina, also du folgst nicht deinem Herzen und schau mal, dass du da irgendwie hinkommst. Und habe dann irgendwie insgesamt nach all den Dingen, die da so passiert sind, da waren immer wieder andere Sachen auch noch, aber habe dann gemerkt, okay, ich muss irgendwas ändern und bin dann weiter tiefer in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen und habe immer mehr so alles, was über meinem Herzen lag, freigeräumt und bin dann irgendwie jetzt, damals vor vier Jahren, hat die freie Rednertätigkeit mich gerufen, die Liebe hat mich gerufen, genau. Und habe dann ganz die letzten Jahre viele wundervolle Zeremonien begleitet, Trauungen, Trauerfeiern, Kinderwillkommensfeste. Und dann, Musik war immer auch natürlich noch ein Teil und ich habe auch beides in Kombination gemacht und die Menschen waren immer sehr berührt und habe irgendwie geschafft, Räume zu öffnen, Räume der Liebe, Räume der Emotionen. Und ja, so kam es, dass vor zwei Jahren, wenn ich dann nach Hamburg auch mal gezogen bin und irgendwann so die ganzen Schritte, die ja so waren, ein Freund von mir gesagt hat, hey, möchtest du nicht ein paar Kinderlieder einsingen? Und dann hatte ich Kinderlieder covern dürfen und habe da in dem Moment festgestellt, weil eben der Weg der Musik auch immer, wo ist mein Herz da zu Hause? Und da war der Moment, wo ich wusste, okay, ich glaube, ich bin in der Kindermusik zu Hause. Ich weiß, ich bin in der Kindermusik zu Hause. Und habe mich dann auf den Weg gemacht, vor anderthalb Jahren eigene Kindermusik zu schreiben. Ich bin sehr weg von diesem BWL und bin total in die kreative Welt eingetaucht und eigentlich da, wo es immer um Mensch, um die Liebe geht und die Liebe in all ihren Facetten. Also lass mich nochmal zusammenfassen. Du kommst aus einem Familienunternehmen, hast da auch vorgebaut mit dem Studium BWL, um vermutlich in diesen Familienunternehmen zu bleiben, in einem sehr erfolgreichen Familienunternehmen. Es war eigentlich, war dein Weg als Kind schon vorgesehen. Also so dieses, ja, dieses Familienunternehmen ist da und da geht der Weg hin. Und das Endergebnis ist, dass du dich davon aufgrund von vielen Zeichen des Universums und vielen Argen, Schnitten eigentlich aus dieser Prägung, du wirst in diesem Familienunternehmen bleiben. Und du wirst da eine Rolle einnehmen, die eine sehr wichtige Rolle ist, rauslaviert hast und dich für einen Weg entschieden hast, den viele Menschen für völlig bescheuert halten würden. Weil also mit Kinderliedern kann man ja kein Geld verdienen. Also ist vielleicht ein Glaubenssatz, den der ein oder andere in sich trägt. Und die Sicherheit, die materielle Sicherheit, all das, was dieses, was dieser Plan, der da vielleicht mal irgendwann da war, den hast du hinter dir gelassen und hast gesagt, und mein Herz schlägt für Kinder und mein Herz schlägt für die Liebe. Ja, genau. Der Weg war wahrscheinlich nicht von Rosen gebettet. Nee, also die Entscheidung zu treffen damals, eigentlich einen Weg dann so mit 29 oder so, was ich dann war, zu verlassen, der eigentlich immer so der war, wo ich dachte, ja, also ich werde auf jeden Fall, das ist mein Weg und da sehe ich mich, ich habe alles in meiner Weiterbildung, in der Ausbildung immer darauf ausgelegt. Und dann in dem Moment, wo all das plötzlich wegfällt und worüber man sich ja auch irgendwo identifiziert hat, wo man irgendwie dachte, ja, so sich natürlich auch seine Zukunft ausmalt, dann auch nicht wieder in die Falle zu treten, zu sagen, hey, okay, dann nehme ich halt irgendwie wieder einen anderen Job in die Richtung an. Ich habe, mein ganzer Körper hat, es war wirklich so rebelliert, hat gesagt, don't do it. Ich habe dann noch ein Jahr lang so einen Handelsvertreterjob angenommen, wo ich aber schon mehr oder weniger in der Selbstständigkeit war und meinen Weg dann ja auch dementsprechend bestreiten konnte und nicht an irgendwelche festen Bürozeiten gekettet war. Und dann wirklich, also es war schon eine Art der Arbeit, da hinzugucken und sich mit seinen Sachen auseinanderzusetzen und sich neu dann zu erfinden und diesen Impulsen des Herzens, also sich auch damit zu verbinden und wirklich, ja, diesem Weg und diesem Herzensweg zu folgen und das auch erkennen zu können. und ein ganz großer Teil war auch für mich die Intensivausbildung bei dir, wo ich wirklich, wo mir so viel klar geworden ist und wo es einfach auch immer um den Mensch geht, um die Liebe und da konnte ich auch so viel mitnehmen für mich und so all diese Schritte, die da waren, da konnte ich mein Herz heilen und habe verstanden, ich weiß noch, als ich das Reading bei dir hatte, das war kurz nachdem ich aus der Firma raus bin und mich immer falsch gefühlt habe eigentlich für das, was ich in mir trage und in dem Moment, als du mir das Reading gegeben hast, war ich so, nee, das, was ich in mir trage und was ich spüre, ich bin richtig und ich darf diesen Weg gehen. Du darfst ihn nicht nur gehen, wenn man dem Lebensaufgabensystem folgt, dann musst du ihn gehen, um in deiner Energie zu bleiben, um gesund zu bleiben und auch der Welt so zu dienen, wie es deine Energie voraussieht. Und wie schön ist das, dass du so berührt bist. Und das ist die Liebe. Das ist die Liebe, die da spricht und die einfach sagt, und nicht jeder hat diese Kraft in sich, Janina, wie du. Und deswegen kannst du so ein unglaubliches Vorbild sein für andere Menschen. Und du bist ja auch, wir hatten eben drüber gesprochen, so ein Magnet inzwischen. Also das ist ja manchmal sogar schwierig für dich, einfach mal in die Ruhe zu kommen, weil alle Menschen einfach bei dir sein möchten. Ja, also und die Ruhe brauche ich aber. Und ich habe das auch, also für mich mit Menschen zusammen zu sein, Zeit miteinander zu verbringen, Projekte zu gestalten, das ist das größte Glück. Und es ist aber auch so, dass ich mir immer wieder, dass ich die Zeit für mich auch extrem brauche. Also ich brauche eigentlich viel Ruhe. Und wenn dann auf einmal so viel kommt, wie jetzt in dem Jahr, wo ich dann die ganzen Zeremonien auch habe, das Kinderliederprojekt und alles so, sich neu auch in meinem Leben sortiert. Ich habe, vor einem Jahr bin ich, habe ich eben, bin ich in eine Beziehung gekommen, habe einen Partner. Und das waren dann einfach so viele neue Dinge in meinem Leben, die plötzlich alle da waren, von denen ich immer so ein bisschen natürlich auch geträumt habe. Und dann da aber auch trotzdem das zu schaffen, wieder immer in der eigenen Energie und in die Ruhe zu kommen und Energie zu tanken, weil mein Herz ist offen. Also ja. Ja, und dieses Herz ist offen und darf auch beschützt werden. Und ich brauche halt, eine Liebe hasselt nicht. Eine Liebe ist nicht ständig nur im Stress, sondern eine Liebe ist oft einfach da und braucht diesen Raum zum einfach da sein. Genau. Oder auch dann bei den Zeremonien, in denen natürlich auch viel Emotionen, viel Energien da sind, war natürlich auch immer, da braucht man auch viel Zeit danach, um sich einfach, wenn man so viel reingibt, um für sich auch wieder sich zu erholen. Oder auch mit der Kindermusik jetzt. Ich hatte mein erstes Kinderkonzert und die Kinder und ich, wir waren auf einer Wellenlänge, auf einer Herzensverbindung. Und das spürt man einfach. Also ich habe mich noch nie so glücklich nach einem Auftritt gefühlt und nach meinem ersten Kinderliederauftritt. Aber ich war auch echt schicks und fertig. Ja, weil du alles, weil du all dein Herz gegeben hast, ne? Ja. Erzähl uns, ich habe eigentlich noch tausend Fragen an dich, aber erzähl uns, wie kommst du, oder du hast es gesagt, dann hat jemand gefragt und so, aber warum hat das Universum dich zu Kinderliedern gezogen? Also was ist das, warum Kinder? Warum hast du keine Rockmusik, ACDC-Musik? Die würden ja mehr Geld verdienen. Also Kinder haben ja kein Geld, wie wir alle wissen. Also ich würde mal sagen, das, was mich da hingezogen hat, ist mein eigenes inneres Kind wahrscheinlich. Diese, diese unschuldige Liebe, dieses Echte, dieses, die Kinder sehen die Welt mit ihren Augen und die sehen meiner Meinung nach die Welt mit den Augen der Liebe, weil die zu Beginn auch noch so unbeschrieben sind, noch so frei von den ganzen Mustern und Gedanken und natürlich auch Prägungen. Und das macht für mich auch die Liebende aus. Also ich bin frei von Bewertungen, frei von, ich kann Menschen sein lassen, ich kann für jeden da sein. Also ich sehe Menschen in ihrem Ursprung. Ich sehe Menschen, wenn ich Menschen sehe, dann weiß ich und bewertet es nicht. Sondern ich schaffe es, dass ja, dass ein Mensch sich einfach da gesehen fühlt und bei sich fühlt. Und ich glaube, bei Kindern ist es eben dieses ganz Besondere, diese ganz besondere Magie, die ich eben auch in meinem Herzen trage. Und ich habe mich noch nie so sehr in einer Verbundenheit da auch gefühlt, als mit diesem ja Projekt mit den mit den Kindern. Also Projekt ist ja nicht mal mehr, also ist ja das wirklich Album, das kommt. Und ich glaube, dass diese Unschuld und ja diese Reinheit in meinem Herz da, wo ich öffnen durfte die letzten Jahre und wo ich dann eben auch die Impulse bekommen habe und wo es mich hingezogen hat. Und was ist der Herzensauftrag für dich, für die Kinder, dass sie diese Reinheit behalten, dass sie eine Insel kriegen, die sie vielleicht in dieser Welt nicht haben? Warum warum bringst du all deine Liebe in deine Songs rein? Ich glaube, weil ich mir wünsche, dass Kinder durch diese Musik, die ich jetzt mache mit meinem mit meinem ganzen tollen Team, mit allen, die da dabei sind, dass die Kinder da den Zugang zu ihren Gefühlen erleben dürfen, dass sie eintauchen dürfen, dass sie auch mit, also generationenübergreifend funktioniert, dass sie mit Eltern, mit Großeltern zusammensitzen und in dieses Gefühl kommen, was wir mit jedem einzelnen Song vermitteln. Das geht auch viel um Gefühle und aber auch Quatsch-Songs sind dabei und dass die Kinder für den Moment auch loslassen können und ganz im Moment sind. Also mit der Musik, die wir machen, wollen wir Kinder auch einfach ganz im Moment in so dieses freie Gefühl reinholen und ja, wollen, dass alle, die dabei sind, einfach auch wieder Kind sind. Was ist dein Lieblingslied? Kokon. Erzähl uns von Kokon. Ich würde ja sagen, kannst du es uns bitte vorsingen? Also Jede Nacht schlüpfe ich in meinen Kokon und morgen früh bin ich ein bisschen mehr Schmetterling. Ja, das kannst du doch nicht mit mir machen. Ja, der Song trägt so eine wichtige Message. Der Song beschreibt auch so ein bisschen meinen Weg. Ich war vielleicht früher sehr ängstlich auch als Kind. Hat er Angst irgendwie vor, auch vor dem Tod und solchen Dingen. Also dieses, die Welt hat mir Angst gemacht, glaube ich, als Kind. Es war vielleicht auch durch die Liebe, die da auch alles, was er so eingestürmt hat. Ja. Und in dem Song geht es eigentlich darum, dass aus Angst Mut werden kann. Und das wie ein Schmetterling eben so dieses Bild dazu, dass ein Schmetterling, der vorher in seinem Kokon ist und Angst vielleicht vor der Welt hat und auch immer wieder da Kinder begegnet, die vielleicht dann nicht so nett sind oder so. Oder der Welt insgesamt, wo Kinder einfach Angst haben, so loszugehen. Und jede Nacht schlüpfe ich in meinem Kokon. Morgen früh bin ich ein bisschen mehr Schmetterling und fliege davon, nehme meinen Mut und fliege davon und gehe quasi diesen Weg raus aus dieser vermeintlichen Schutzhülle und bin dann wirklich mit mir verbunden und schaffe es, Träume zu realisieren, in die Welt zu gehen und Menschen zu berühren. Und ihr merkt, diese Frau berührt. Diese Frau berührt einfach durch das. Und wenn sie dann anfängt zu singen, ich muss das ja immer, ich sage das ja immer wieder, du kennst die Geschichte und das werde ich mein Leben lang mit dir verbinden. Ich habe ja einfach kein gutes Weihnachtsverhältnis und ich habe ein furchtbare Zweilachten gehabt, also ein ganz schreckliches Zweilachten, wo ich echt gedacht habe, dann war auch noch mein Freund krank und lag die ganze Zeit im Bett und ich saß alleine irgendwo und Janina hatte mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wusste das nicht, wo sie aufgenommen wurde per Handy ungefähr 50 Meter weit weg von dem Punkt, wo sie sang, übrigens ohne Mikrofon. Und ich habe mir an diesem Weihnachten diesen WhatsApp-Videobotschaft, wo sie Halleluja gesungen hat, ich glaube hundertmal angeschaut und das war das, was mein Weihnachten schön gemacht hat und jedes Mal saß ich da und habe geweint und war gar nicht mehr alleine und habe mich so umarmt gefühlt. Das ist die Liebe. Das ist Liebe, was Janina kann besser als jeder andere auf dieser Welt. und so kannst du eben auch Kinder einfach an sich selbst und an ihre Unschuld erinnern und an ihre, diese Reinheit und das ist, das kann halt nur die reine Liebe kann halt auch an die Reinheit der Kinder erinnern. Gibt es Kinder, an die du denkst, wenn du Lieder singst oder spielst oder du schreibst deine Texte ja tatsächlich auch selbst? Ja, genau. Also ich habe quasi natürlich ein tolles Team damit, wir haben immer jemanden mit dabei, mit dem wir dann gemeinsam schreiben, weil es immer so schöne neue Impulse auch gibt, also wirklich viele unglaublich tolle Musiker und Musikerinnen, die so mit dem Herz dabei sind, die den Weg jetzt auch begleiten und wenn wir dann da sitzen und überlegen, über was wir schreiben, dann hat es immer mit was Eigenem zu tun und was zum Beispiel, klar, die Emotionen, die mir eben unglaublich wichtig sind, dass die ihre Songs bekommen, es gibt einen Wutsong, ja, ich war in meinem Leben nie wirklich mit Lano Wut ja, er ist so genial, du kennst ihn, ja, ja, na klar und ich hatte ihn dir ja auch direkt geschickt und der kommt erst so dann in der nächsten Rutsche quasi raus, aber der ist nicht dabei, der ist noch gut dabei, aber der kommt, wir bauen ja auf, ja, ja, Gott sei Dank, schnell, bitte schnell und da gehe ich natürlich auch meine Sachen so ein bisschen an und da kam ich in die Wut und habe gemerkt, hey, und die Wut, auch die Liebende zum Beispiel darf Wut natürlich in sich tragen und es darf sein und soll auch sein und ich mache es halt über meine Art und Weise du singst halt ich singe halt und dann haben wir natürlich auch diese spaßigen Songs so wie Itchy Eagle, Baby Gino und was so kommt Superhero wird jetzt auch mit rauskommen Ekel und Luftschloss aber es soll auch natürlich seinen Raum bekommen die Trauer zum Beispiel weil durch meine Arbeit als Trauerrednerin da hatte ich letztes Jahr eben einen sehr prägenden Moment als ich eine Trauerfeier hatte von einem sehr jungen Mädchen das verstorben ist aufgrund von einer Krankheit und wir nach Lieder gesucht hatten auch den ich habe das auch musikalisch begleitet und es gab einfach nicht so wirklich die Songs die nicht zu also natürlich ist die Trauer es soll ja also es ist sehr traurig aber es soll ja auch Mut machen und ein Anker sein und da haben wir uns oder habe ich mir auch so ein bisschen das auf die Fahne geschrieben Songs zu schreiben die eben auch das begleiten die solche Momente begleiten die aber auch einen Zugang ich meine Trauer hat viele Facetten es kann ja auch sein wenn die Eltern wieder arbeiten gehen dass das Kind traurig ist wenn ein Puscheltier geht also und da werden auch wird es einen Song geben der heißt Color die Träne die kullert und so ist mir eben all die Facetten des Lebens und die Facetten der Liebe und der Liebenden die sind mir einfach so wichtig und genau das möchte ich den Kindern sagen dass all diese Facetten zu Liebenden auch natürlich dazugehören dürfen und dass jeder da so sein ich bin mir sicher da wird jeder seinen Lieblingssong finden fassen zur Lebensaufgabe ganz bestimmt ich bin mir ganz sicher Janina hast du so einen Moment wo du sagst vielleicht auch auf diesem Konzert wo du sagst und das ist so ein Herzensmoment deswegen stehe ich morgens auf so einen Moment mit einem Kind wo du gesagt hast da habe ich einen Diamant gesetzt also du setzt ja ständig Diamanten du kannst ja gar nicht anders als Diamanten setzen aber ja also gerade bei diesem Kinderkonzert war es eigentlich schon nach dem ersten Lied geschehen als ich gemerkt habe die Kinder sind aufgestanden die sind nach vorne gekommen die haben Strahlen in den Augen gehabt mein Pianist Kai und ich haben Strahlen in den Augen gehabt und das war so der Moment wo ich gemerkt habe ich bin dafür auf der Welt also das auch es war meine Mama beim ersten Konzert dabei und eine sehr sehr enge eine von meinen engsten Freundinnen die mich einfach auch begleitet und die haben beide 45 Minuten lang Taschentücher gebraucht weil sie gesagt haben sowas haben sie noch nie erlebt und das war der Diamant wo ich wusste genau das und dieses Gefühl und diese Freude die die Kinder verspüren und die Freude die wir selber da dabei hatten das es kann eigentlich nichts besseres geben als das Ach ja Nina sag uns wo kann man dein Album beziehungsweise deine Songs hören und wo kann man dich spüren wie kann man wie kann man in deine Energie eintauchen Also es wird es ist auf Spotify und Apple Music verfügbar also der der Name unter dem das Ganze läuft ist Hier kommt Nina und da gibt es natürlich einen Instagram Kanal mit Hier kommt Nina und es gibt eine Website mit Hier kommt Nina.de und genau und da sind die Songs verfügbar wir werden auch einen Download dann für die Songs haben und dann natürlich hoffentlich im nächsten Jahr ganz ganz viele Konzerte spielen dürfen in Schulen in Kindergärten auch auf größeren Veranstaltungen Komm schon mal hau mal einen raus mach mal eine Manifestation mit wem wirst du nächstes Jahr auf der Bühne stehen komm schon Am liebsten mit Rolf Zukowski So und ich sag ja das wird klappen also da du einen krassen Amorbogen hast und ich auch das klappt das klappt und guckt mal wie schön das ist alles bei Janina und so ist die so sind die Liebenden das ist da ist kein Egoismus da da ist nicht und ich bin dann total toll sondern da ist dieses und dann kann ich noch mehr Liebe schenken habt ihr das gerade gesehen spult zurück und guckt es euch an da seht ihr die Energie die Energie der Liebenden ja genau darum geht es eigentlich die Liebe die Liebe weiterzugeben und die Freude die man andere damit machen kann und ganz ohne Ego sagt sie so einfach ne also ist immer schön wenn Janina sagt ja ja darum geht es und das ist auch total einfach und sie hat ja vorhin auch erzählt sie kann Menschen annehmen und ganz wertfrei so als wäre es das einfachste von der Welt ist es halt nicht und deswegen kann man von dir so unglaublich viel lernen Janina und ich kenne deinen Weg glaube ich inzwischen sicherlich nicht sehr genau aber ein bisschen tiefer und ich weiß wie viel wie viel Opfer es dich gebracht hat ja und wie viel natürlich auch immer wieder ich meine auch das tut weh wenn man Menschen sieht die eigentlich die man in ihrer Liebe sieht und die jeden Tag gegen das Leben und dann nicht das Überstülpen zu ja nicht überzustülpen und zu sagen hey guck doch mal sondern auch die ihren eigenen Weg gehen zu lassen und ja auch so im sehr engen Familienkreis gibt es da auch eine Situation die unbeschreiblich schwer ist aber wo man auch den Menschen einfach seinen Weg gehen lassen muss und man nicht für jemand anderes diesen Weg und den man dann vielleicht denkt das wäre man sieht ja diese Dinge die in einem sind da überzustülpen sondern zu sagen okay die lieben und der hat auch die Aufgabe eben da los zu lassen ach ja Nina ich danke dir sehr es ist mir auch eine sehr große Ehre es gibt ja dieses Buch seit neuestem das Lebensaufgabensystem und du hast uns einen Gastbeitrag und eine Gast du bist Gastautorin dieses Buches als die Liebende und erzählst auch da ganz wundervoll von dieser Energie die du hast und die die dich so einzigartig machen und ich danke dir ich danke dir sehr dass du die Liebe in die Welt bringst für die Liebe aufstehst für die Liebe Opfer bringst auch die Schmerzen der Liebe trägst weil es wäre manchmal so viel einfacher das Herz einfach zuzumachen das tust du nicht du hältst es und du setzt die Liebe und die Diamanten in die Seelen der kleinen Kinder und wir wissen es alle unsere Kinderlieder unsere Lieblingskinderlieder die wissen wir heute noch und die machen heute noch etwas mit uns und unserer Seele und danke dass du deine Liebe in diese Lieder steckst und damit Kinderseelen für ihr Leben vorbereitest Dankeschön Ja ich danke dir danke dass du mich auf dem Weg begleitest und dass unsere Wege sich vor so vielen Jahren da gekreuzt haben und wir beieinander im Leben sind Es ist mir eine Ehre liebe Janina Ja auch Du bist mir oft Vorbild und ich habe ein Armband da steht drauf was würde die Liebe sagen und oft denke ich was wird denn die Janina machen Ich danke dir für dieses Interview für deine Liebe und für dein offenes Herz und grüße dich ganz herzlich jeder der die Nina die Janina erleben möchte kann sich hier die wie die Songs runterladen beziehungsweise den Link dafür finden und sie hat einen ganz ganz tollen Insta Kanal der ist hier auch unten taucht ein in die Energie der Liebenden bis dahin mach's gut liebe Janina danke tschüss 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 tschüss